Was geht Leute? Willkommen auf meinem Channel. Ich hoffe man versteht mich, denn die Kleine schläft noch. Ich habe bei Chris B. Rob bei einem Gewinnspiel mitgemacht und habe ein Booster-Pick gewonnen. Und das wird heute Abend ausgestrahlt und ich bin live dabei und ihr könnt meine Reaktionen sehen. Ich freue mich. Ich bin komplett nass geschwitzt. Alles nass, weil ich schon hoch und runter renne. Der neue Setup ist endlich da. Und das muss ich jetzt alles aufbauen, damit ich heute Abend live dabei bin. Ich bin einfach komplett nass geschwitzt. Muss hier alles einrichten. Muss schnell passieren. So Freunde oder Sonne, jetzt habe ich den hier schön angeschlossen. Dieses schöner Schmuckstück hier. Muss ich sagen, sieht echt geil aus. Ich hoffe, der leuchtet im Dunkeln, aber ich nehme mal einen schon. Und ja, was soll ich sagen, meine neue Zentrale. Ich freue mich um sich. Oh, der Hypie ist da. Oh, ich habe Feuer gemacht. Freunde, Sonne einfach direkt erstmal reingeschissen. Ich kriege einfach kein Display. Ich habe einfach kein Bild. Fuck. Ich bin so ein Jandertaler und sowas. Ja, aber wie ihr sehen könnt, sehen sie nichts. Nein, wie ihr sehen könnt, sind wir umgezogen, Mensch. Ja, neue Kulisse. Ähm, deswegen kam auch wieder so lange nichts auf YouTube. Ich entschuldige mich. Eigentlich hatte ich geplant, dass, beziehungsweise es waren meine Vorsätze für 2021. Oh, Kinderbundscheiße da unten. Kurz mal machen nochmal. Das Problem ist, beziehungsweise Problem war oder ist Lockdown. Was soll ich jetzt filmen? Was soll ich euch zeigen? Deswegen kam ich auf die glorreiche Idee, auch endlich mir mal da hinten so ein PC, Raumschiff Enterprise herzurichten. Für mich ist das ja alles ein bisschen Neuland, denn ich bin ja relativ alt. Und, ähm, ja, ähm, ich bin gespannt, wie das alles funktioniert. Ich bin auf jeden Fall, warte, Jugendwort auf jeden Fall. Ich bin ja sehr gehypt und freue mich riesig drauf, wenn ich das hier alles fertig habe. Und, äh, wie gesagt, aber wie gesagt, die Vorsätze waren halt mehr YouTube-Videos. Und daran werde ich mich jetzt halten und damit beginnen wir jetzt auch, weil es ist was Wunderschönes passiert. Ich habe amana fucking Glück gehabt. Ich habe endlich mal, endlich nach dieser ganzen Scheiße mit dem Lockdown-Laden, hat ja schon vier, ich glaube fünf Monate jetzt schon fast zu, endlich mal Glück. Und zwar ein Booster-Packet. Oh, ma, ist jetzt ja verschluckt? Ja? Oh, ist der Mücke weg. Habe ich ein Booster-Packet gewonnen? Und das wird heute live auf Twitch bei Chris und Robb auf dem Channel veröffentlicht. Und ich werde live dabei sein und ihr könnt ja meine Reaktion sehen. Und wahrscheinlich wird meine Reaktion so sein, dass mir die Hoden aus meinem Sack nach oben in den Magen rutschen. So, Freunde der Sonne, endlich hat alles funktioniert. Hier, Bildschirm ist da. Ich war wieder so blöde, ich habe hier ganz oben das HDMI-Kabel bzw. das DP-Kabel, kenne ich gar nicht, habe ich reingesteckt. Und deswegen hat es nicht funktioniert, weil die Grafikkarte ist da unten. Und ich komme noch aus der alten Zeit und da kenne ich sowas nicht. Ja, jetzt geht's. Internet auch schon, alles verbunden. Jetzt muss ich noch schnell Twitch hier einrichten, weil ich muss dabei sein. Live. Und was für ein glorreicher Tag heute, Freunde der Sonne. Dort ist es, ich warte jetzt, bis es losgeht. Ich muss vorher auf jeden Fall noch mal richtig pinkeln. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Alter, mittendrin muss ich bestimmt richtig strullern und das ist ja mal live. Das heißt, ich brauche die gute alte Trinkflasche, die ich auf jeden Fall rein urinieren werde. Jetzt erzähle ich euch mal meine Geschichte, weil ich habe ja gewonnen, indem sie sozusagen meinen Kommentar gelesen haben. Und zwar, ganz witzig, also es ist wirklich Re-Story. Ich war damals in Bayern mit meiner Familie, ich weiß, dass es Ostern war, denn im Oster-Nest und das ist schon krass an dieser Stelle, dass wir sowas mal überhaupt bekommen haben. Das ist also sowas richtig heftig, dass man mit so einem Alter sowas bekommen hat. Ich habe, glaube ich, den Game Boy bekommen, aber im Blau. Den normalen Game Boy im Blau. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es jetzt ein Color war, ein Game Boy Color, aber ich bin der Meinung, es war noch ein dicker. Es war ein dicker, blauer Game Boy. Also muss es jetzt sozusagen der Erste gewesen sein, nur mit einer Neuauflage und einer anderen Farbe. Auf jeden Fall habe ich dort dann die schöne blaue Edition noch bekommen mit Tourtalk drauf. Weiß ich noch ganz genau. Und das habe ich gesuchtet. Ich glaube, man hat es gar nicht mehr rausbekommen aus dem Zimmer. Wir waren zwar im Urlaub, aber wir haben die ganze Zeit dieses Spiel gezockt. Ich weiß nur mit meinem Bruder, der hat nämlich die rote Edition gehabt und das war vorbei. War wirklich einfach vorbei. Und jetzt kommen wir aber zu der, warum ich auch so gehypt bin auf sozusagen das Booster-Pack mit der silberne und goldenen Edition. Situationen, also sprich, ich glaube, Neo Genesis heißt das, glaube ich, das Display. Ich glaube, ja. Und weil folgendes, ich habe damals, um die silberne Edition zu kriegen, die wollte ich unbedingt haben, hatte ich wirklich die silberne oder hatte ich die goldene? Jetzt muss ich mal überlegen. Vielleicht habe ich einmal kurz Bullshit geschrieben, aber gut, ist ja egal, ob goldene oder silberne. Dass ich mich kurz überlegen hätte, oder war das, wo der, ich kenne mich kaum noch damit aus, wo der bunte Vogel drauf war. Ich weiß nur eins, das ist meine Kindheit und da freue ich mich übelst drauf. Sieht übrigens gerade aus, als hätte ich Grids. Ja, was ist da los? Ähm, jedenfalls habe ich damals meine Spielsachen von Star Wars. Das waren echte, originale Star Wars-Figuren, auch Fliegern, alles drum und dran, verkauft. Da kam einer vorbei. Ich glaube, für genau 70, ich glaube, es waren Euro schon, doch, es waren Euro, 70 Euro. Und ja, was soll ich dir sagen, bin sofort reingerannt. Ich habe vor Karstadt, saß ich dort mit meiner, mit meinem, mit meiner Decke, mit meinem fliegenden Teppich, wo das ganze Spielzeug so drauf war. Früher hat man immer so ein bisschen so sein Spielzeug auf der Straße verkauft, in der Schlossstraße, da war das alles noch so erlaubt. Nicht so wie jetzt, wo du gleich weggehegelt wirst von so einem Ordnungsamt. Und ja, da saß ich da und dann hat einer meine ganze Star Wars-Sachen mitgenommen. Das war auf jeden Fall einer, der sich auskennt. Das war auf jeden Fall einer, der sich auskennt. Schnauze. Ähm, und dann bin ich reingerannt, äh, ab rein zu Karstadt und habe mir dieses wunderschöne Spiel gegönnt. Und das, Freunde der Sonne, ist unfassbar, dass ich heute die Nachricht bekommen habe, dass ich dieses wunderschöne Booster-Pack bekomme. Und natürlich wird das Ganze mit Licht im Hintergrund passieren, damit man auch wirklich mein Gesicht sehen kann, beziehungsweise wie ich mein komplettes Gesicht verlieren werde. Mir ist eigentlich letztendlich wirklich tatsächlich, na egal ist es nicht, es wäre schon geil, wenn irgendwas Geiles drin ist. Gar keine Frage. Aber ich akzeptiere jede Karte, weil ich es einfach geil finde, dass diese Karten 20 Jahre alt sind. Und das ist für mich ein großes, fettes Danke an Crispy Rob und seiner ganzen Family und Co und Mannschaft und wer nicht alles da teamen und wer alles dahinter steckt. Denn ich finde es einfach geil, dabei sein zu dürfen, was aus meiner Kindheit, ja, dass ich nochmal leben darf. Das erlebe ich nur noch einmal. Das werde ich, ich schwöre, das werde ich nie wieder erleben. Und das ist das Geile. Mein wunderschöner Shake ist schon mal vorbereitet für den Screen. Ein bisschen Eiweiß in die Tonne. Und jetzt geht es gleich los hier auf meiner Sonne. Ich bin total, ich bin total viel Jugendsack gehypt. Ich bin völlig am Ende. Wirklich, jetzt ohne Spaß, ich bin wirklich völlig am Ende. Ich dachte einmal ganz kurz, ich habe Herzen füllen. Oh mein Gott, das geht nicht los, Mann. So Freunde der Sonne, ich habe mir mal schnell so einen Klappstuhl hier organisiert, denn ich habe noch keinen Gamingstuhl, wie gesagt, ist alles mal frisch eingerichtet. Der Strahler, den muss ich auch noch umstellen, der steigt mir so in die Fresse und im Hintergrund hört ihr meine Kinder. Deswegen, ich bin sehr alt und freue mich wie ein kleines Kind heute zum ersten Mal wieder. Ich bin jetzt auch ein Kind. Mit grauen Haar. Habe ich festgestellt. 84 Haare, äh ne, kleine, doch, Haare. Oh mein Gott, es geht los. Endlich habe ich es hinbekommen. Endlich. Würdet ihr sagen, boah, nee, kann man nicht genießen. Schreibt es mal in die... So, seid ihr alles gewinnt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das könnte ich sein. Der erste Gewinner ist... Oh mein Gott. ...ist Tintenfüller Sascha. Oh mein Gott, es geht los. Ich bin seit der ersten Minute dabei, was Pokémon angeht. Ich kann mich daran erinnern, wie ich zu Ostern einen Gameboy bekommen habe und eine blaue Edition. Und so fing der Hype an. Der Gameboy und ich waren ab da siamesische Zwillinge. Danach ging es erst richtig los, als ich damals gehört habe, dass die goldene und silberne Edition auf den Markt kommt. Habe ich tatsächlich mein Spielzeug aus meinem Kinderzimmer auf der Straße verkauft, um an diese Spiele zu kommen. Ich glaube, das reicht, um sagen zu können, wie süchtig ich war. Ja, das klingt auf jeden Fall... Röscher Foffball. Ich will ihn gerade aufstehen. Ich hoffe, mein Herz. Mach aus. Mach mein Herz. Lass mich ja gut. Ja, ja, ja. Ja, wie ist es? 20 Jahre alt. Aber warum das erste? Was ist das für dich da? Warte, ich denke, vielleicht ein leichtes Messer machen. Murat Pö, ich sterbe gleich. Kamera wechseln, genau. Es wäre so krass, wenn das schon was geil ist, oder nicht? All right, so, Freunde, ich hoffe, ich urteile nicht über meinen Pack-Opening-Scale, okay? Alles cool. Habt ihr das was Gutes? Wie ich schwitze, es riecht heiß. Ja, du siehst, ich siehst. Ich bin mega aufgeregt. Und da haben wir jetzt direkt schon das Erste, ne? Oh mein Gott. Ja, warum dann gleich ich? Weil ich wollte eigentlich erst später. 20 Jahren würde sich das jetzt auch nicht übertragen. Ja, das stimmt. Oh, alles gut, alles gut. Oh, guck mal. Oh, das fängt schon gut an. Also, ich bin... Oh, Alter, Alter. Ah, ich kriege Krampf. Okay, boom. Wie viele jetzt nicht? Hallo, hallo. Ich nehm hier auf. Wir sind an, dann geht's, Bibi. Das heißt, 1, 2, 3, verbunden, umdrehen und dann fangen wir an, ne? Halt dich fest, halt. Ich kann doch umgucken, geht doch einfach in der Twitch drauf. Chris, Chris, überhaupt nicht mehr. Okay, der neue U-Lex. Let's go, Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich krieg sie dir sofort. Direkt eingesleeft, natürlich. Genau. Ja, genau, schön einpacken. Guten kommen auch in den Toploader. Energiekarte. Wenn Gute dabei sind. Versuch, versuch das mal. Ah, so, so. Okay, Freunde, Anfängerfehler. Genau. Ja, das so, so macht es echt am meisten Sinn. Alles gut. Okay. Wie zieht ihr mich denn als erstes? Man sagt immer so, Mitte beim Besten. Oh mein Gott. Jetzt schon, das ist schon ein guter Booster. Ey, das Wasserstarterprogramm. Pokémon aus Silber und Gold. Einfach. Schöne mal, okay. Schöne mal, okay. Schöne mal, okay. Ja, das ist echt. Schöne mal, pokémon Marsch. Jetzt zieht mich einfach als erstes. Ich kann es nicht mehr nicht fassen, Mann. Ich war noch nicht dafür bereit. Eine Beere. Eine Beere. Da wurden die Beeren erst eingefügt. Ja, genau. Ja, ja, ja. Quikkel. Ich hab's auch noch ganz sicher auf dem Schirm. Oder wie Quikkel. Das ist krass daran, das sind deutsche Karten. Langsam wird's interessant. Oh! Da haben wir schon zwei Starter. Zwei Starter, das ist schon mal so ein bisschen für euch. Mit Abstand. Wir haben Wert. Oh, mein Sam. Damit haben wir's abgefangen, ne? Bei Silber von den Startern. Einfach geil. Alter, jetzt schon. Ich bin doch noch 20. Ja, ich trau mal für den Feier. Da werden alle eingepackt. Alle geradet. Ja, wir machen weiter. Na. Okay. Papa, filmst du was? Ja, ich filme. Jetzt kommt die letzte, ne? Ah ja, das ist echt die Kamera. Ja, das ist echt die Kamera. Oh. Wie gelahm war. Das war die letzte. Sehr gut. Der Geist gut. Ist gut. Ganz ehrlich? Ich fand das nice. Ich auch. Ich fand's sehr gut. Ich fand's okay. Also, klar, ich hab mir eine Holi gerne gewünscht. Aber egal, ich hab dafür die Anfange. Ich bin ja richtig happy. Boah. Ist nicht so nice. Oh. Warte. Sieht konstanz deutlich hier oben. Oh nein, Feder. Oder? Okay. Leider nicht ganz perfektes Sandler Ring. Naja, aber sie sind trotzdem echt ganz leidkarten. Trotzdem gute. Wenn du jetzt so heiß hier spitz richtig, bin ich am Ende. Congratulations. Ja, sehr gut. Da war ich gleich der Erste. Meine Fresse. Es kann doch nicht wahr sein, da war ich wirklich der Erste. Geile Sache. Ja, Freunde der Sonne. Ich wurde ein bisschen überrumpelt. Das war zu schnell. Damit hab ich nicht gerechnet. Ich dachte hier, ich platz aus einem Folgen. Aber bin nur fast geschmolzen. Auf jeden Fall. Ja. Aber trotzdem nice. Geil. Ich war dabei. Bomben Startup Pokémon Karten. Geil. Wird gerated. Eingepackt. Hinter mir an die Wand gebracht. Fertig aus Ende. 20 Jahre alt. Bombe. Geil. Freu mich. Ich mach noch mal ein Video, wenn sie hier sind. Peace. Ich muss noch dazu sagen, meine ganze Familie stand gerade hinter der Kamera und hat mir zugeguckt. Das war ein bisschen unangenehm. Egal, wir bleiben weiter am Ball. Auf jeden Fall geil, dass YouTuber sowas machen. Oder Streamer, Twitcher, wie auch immer. Voll geil. Oh, super. Jedenfalls, ich gucke jetzt weiter und zeige euch aber die Karten, wenn die nochmal hier ankommen, weil es sind ja trotzdem geile Karten dabei und ich will euch nochmal richtig zeigen im Nahen, ne? Per Nahaufnahme. Geil, Alter. Schöne Sache. Bis deine Antenne.